Ein herzliches Grüß Gott von der Feuerwehr Unterwiebeck, hier zur Köln-Protter-Challenge 2014 im Schönen Unterwiebeck. Wir bedanken uns bei den Neubiebecker Kameraden für die Nominierung und stellen uns natürlich selbstverständlich der Herausforderung. Auf geht's! Innen! Ah! Oh my God! Weig! 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 Woohoo! Whoo! Da da man, da man, da man! Da da man! Da, da man! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Gegrillt wird woanders, nicht bei uns. Dafür seid ihr jetzt dran. Wir nominieren hiermit die Feuerwehr Taufkirchen aus dem Landkreis München, die Feuerwehr Unterhaching und die Feuerwehr Oberliebeck. 58 Stunden habt es Zeit, das Video hochzuladen. Ansonsten sind wir dabei zum Grillen bei euch. Also, schickt es euch! Gegrillt!